Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5667 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das freut mich natürlich. Das ist doch klar. Ich komme gerne mit. Das freut mich natürlich. Das ist doch klar. Ich komme gerne mit. Das freut mich natürlich. Das ist doch klar. Ich komme gerne mit. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Die Renovierung darf nicht länger als drei Monate dauern. Dann startet unser nächstes Projekt. Die Renovierung darf nicht länger als drei Monate dauern. Die Renovierung darf nicht länger als drei Monate dauern. Dann startet unser nächstes Projekt. Wir feiern etwas ganz Besonderes. Heute ist unser erster Hochzeitstag. Wir feiern etwas ganz Besonderes. Heute ist unser erster Hochzeitstag. Ich telefoniere vom Balkon aus. Ein Kfz-Mechaniker ist ein Facharbeiter, der Kraftfahrzeuge wartet, repariert und instand hält. Emotionen sind der Regenbogen, der nach dem Gedankensturm erscheint. Emotionen sind der Regenbogen, der nach dem Gedankensturm erscheint. Emotionen sind der Regenbogen, der nach dem Gedankensturm erscheint. Für unser Essen verwenden wir ausschließlich Biogemüse aus der Region. Wir kleiden uns so, wie es in unserer Heimat üblich ist. Wir kleiden uns so, wie es in unserer Heimat üblich ist. Wir kleiden uns so, wie es in unserer Heimat üblich ist. Damit fallen wir auf. Elektriker benötigen technisches Verständnis für elektrische Systeme und Geräte. Elektriker benötigen technisches Verständnis für elektrische Systeme und Geräte. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns so, wie es in unserer Heimat üblich ist. Wir kleiden uns so, wie es in unserer Heimat üblich ist. Wir kleiden uns so, wie es in unserer Heimat üblich ist. Das heißt, die Heimat üblich ist.